ein herzliches willkommen zurück zu einer folge von der bus aus dem winterlichen berlin wie es seht es schneit wie es sein muss und ja heute ist unsere aufgabe unseren bus durch dieses wirklich winterliche wetter zu fahren und schaut mal auf die straßen wenn ihr hier mal so seht im licht es ist wirklich also es sind wirklich schneespuren also man wird nicht überfahren also dann wollen wir einfach mal beginnen würde ich sagen bevor wir noch zufrieren steigen ein starten unseren bus loggen uns hier ein machen die 465 kurs 4 linie 300 und kurs hier der mini Philharmonie aber nie sieht doch dann soweit die ersten Fahrgäste er möchte 24 Stunden Karte Berlin ab in 20 Stunden Karte Berlin ab 24 Stunden Karte da so zack zack ich tue noch was zurück also 9 Euro guter Christian hat 20 Cent zurück wunderbar so fertig wunderbar auf geht's auf geht's nächste Station Varian Fly Straße Potsdamer Platz was was ein wunderschönes Winterwetter an diesem 4. Oktober ach genau an diesem 4. Dezember 2022 18.10 Uhr das hier ist übrigens unser Bus war schön auf geht's jetzt hier irgendwie rüber ne geradeaus das wird eng das wird eng das wird eng warum sind die Buschwunden eigentlich so eng kann mir das mal jemand erzählen Einzelfahrschein Berlin ab B war wunderbar wir sind fertig nächste Station ey alter habt ihr das gesehen du hast ja wohl Arsch auf dem Kollege hier ist ne Buschbusch schon mal davon gehört ich glaub ich spinn ey sind die alle so in Berlin nur weil du rechts abbiegen möchtest ja musst du trotzdem gucken ob hier hier Verkehr ist du kannst doch nicht einfach rüber wechseln wie du lustig bist fährt ihr mir voll in die Karre ey ich glaub ich spinn du ja genau mitten fällt mir auch noch eine in die Karre S und U Bahnhof Potsdamer Platz nach 24 Stunden Karte Berlin A B C A B C A B C A B C A B C A B C Gute bis fertig so weiter geht's ich muss links rüber nächste Station Leipziger Straße Karte loupziger Straße Loupziger Straße Karte Wilhelm Straße Leipziger Straße so kommt da jemand ne sieht nicht so aus erwarten wir den Mann noch ab wer hier noch rein möchte ansonsten fahren wir weiter nein es sieht nicht so aus gut dann geht es weiter so links rein U-Bahnhof Mohrenstraße U-Bahnhof Mohrenstraße fahren übrigens die Linie 300 Ziel dieser Linie die Warschauer Straße liebe solche Gelenkbusse findet ihr auch in Wirklichkeit sehr schön so Einzelfahrschein ABC Zahlmethode Handy 24 Stunden Karte so fertig also schneit schon ordentlich in Berlin muss man echt sagen was mir in diesem Spiel wirklich noch fehlt ist zum Beispiel wenn ich das da gerade mal so sehe links Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht die schnell durch müssen wo man Platz machen muss irgendwelche Baustellen auf der Straße Unfälle auf der Straße all diese Dinge also da müssen die wirklich noch dran arbeiten aber wie gesagt es ist ein Early Access es wird noch viel entwickelt an diesem Spiel und ich bin sicher da kommt noch das eine oder andere Update wo vielleicht noch mehr passieren wird ich hoffe es zumindest dass da noch mehr erscheinen wird weil so ist das fehlt ja mir meiner Meinung nach fehlt ja noch eine ganze Menge dann ist es spielbar auf jeden Fall es macht Spaß aber wie gesagt meiner Meinung nach ist da noch eine ganze Menge gekommen so Einzelfahrschein achso Karte sorry nicht so gut Kollege so rechts herum komm gib Gas nächste Station unter den Linden mal links rüber ich weiß der hätte die Vorfahrt genommen aber ich bin nicht so bin gescheit was für schöne dicke Schneeflocken wunderschön jetzt sind wir auch übrigens wieder pünktlich wie ihr seht 18.24 sollen wir ankommen in grün ist diese Zeit dargestellt das bedeutet dass wir pünktlich sind weil in der Zwischenzeit liegt doch schon mal wieder ein bisschen zu spät aber das liegt weniger an mir als an diesem Verkehr hier in Berlin so bleiben wir mal hier rechts so bleiben wir mal hier rechts möchte jemand ja gute Frau wenn es noch jemand nein dann Abfahrt wird die Staatsmacht beziehungsweise die Staats ja ich weiß was ich meine die Staatsoper nennt man die wie die Staatsmacht ich nenne sie einfach Polizei gut ist ich glaube damit mache ich die ist nicht verkehrt so dann haben wir wieder einige Fahrgäste gut Abfahrt nächste Station Museumsinsel U-Bahnhof Museumsinsel Museumsinsel So. Sonst noch irgendwer. Rotes Rathaus kennen wir dann jetzt als nächstes. So, sonst sehen wir die Ampel nicht. Also es ist ziemlich easy mit so einem Gelenkbus hier zu fahren. Merke ich gerade auch um diese Kurven rum, auch wenn man abbiegen muss. Also ich hätte mir das schwerer vorgestellt. Es ist wirklich relativ easy, muss ich ehrlich sagen. Glaubt keiner? Doch. Wird es noch wer? Nein, Abfahrt. Was ist denn jetzt los? Du bist die Route weg. Mal eben auf die Karte gucken hier. So, da bin ich. So, da bin ich jetzt hier links rum. Habe ich so ein bisschen den Faden verloren, warum ist mein Navi weg? Jüdenstraße. An du Affe. Das ist jetzt doch jetzt scheiße irgendwie hier. Irgendwie drehen hier. Meiner Güte. Das ist doch jetzt... Komm ich gar nicht rein, oder wie? Dreh durch, ey. Ja, ja, ja. Hätte so schön sein können. Das ist doch hier, Mann. Das ist doch hier, Mann. Nächste Straße, Litten... Littenstraße. Boah, das hier, habt ihr es gesehen gerade, ne? Dann ist da plötzlich das Navi weg. Und dann weiß man nicht mehr, wo es lang geht. Das ist wirklich manchmal... Das ist noch ein bisschen blöd so. Also... Das ist noch ein bisschen blöd so. Das ist noch ein bisschen blöd so. Und Abfahrt. Nächste Station S&U Alexanderplatz. S&U Alexanderplatz, Kroner Straße. So, da sind wir schon. Möchte keiner mehr. Gut, Abfahrt. Nächste Station Alexanderstraße. Alexanderstraße. Raus aus meiner Haltestelle. Einzelfahrschein Berlin AB. Ich muss mal einen hoch. Da. Da. Karte. Nächste Station Fianowiczbrücke. S&U Bahnhof Fianowiczbrücke. Habe ich jetzt noch grün oder was? Ne, natürlich nicht. Übrigens. S&U Bahnhof Fianowiczbrücke. 18. 18. 30. Wirklich. In Berlin geschneit. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Für alle die, die in Berlin wohnen. Ähm. Gibt mir bitte Info. Gibt mir bitte Info. Was ist mit dir los? Fahr doch. Fahr doch. So, da kommen schon mal zwei, drei, vier. Noch einer, nein, noch jemand, oder? Na, dann Abfahrt. Da schaut man, das war ein Arbeitsplatz. WVG, Berliner Verkehrsgruppe, oder Gesellschaft, weiß es nicht. Was ist meine Haltestelle? Hey, Idioten. Die dürfte ja gar nicht drinstehen. Ist da Haltestelle? Hallo? Kann doch nicht wahr sein. Herzlich willkommen. Guten Abend, guten Abend, guten Abend, ja, guten Abend, die Dame, das war's, Abfahrt. Willst du einen vor mir stehen, ne? Na, kommt, Leute, der ist ein Zeltisch. Das war's, Abfahrt. Langsherum. Und rechts herum. Da war ich zu weit. Das sehe ich ein, da war ich zu weit. Und, kommt noch welche? Ne, also, Abfahrt. Nächste Station, Ostbahnhof. S-Bahnhof, Ostbahnhof. Oh, Zwillingsoma. Da kommt der Drilling. Oh, Vierlinge. Hast du das gesehen? Die gehen ja rückwärts rein. Diese Drehung ist ja mega. Ach, genial. So, weiter geht's. Du hast doch einen Latten am Zaun, du. Oh. Okay. Tja, tut mir leid, dass ich hier alles versperre, aber es geht nicht anders. Schaut mal, links geht es zur Autobahn 113 Richtung Dresden und zum Schönefeld Berlin Flughafen. Da war ich auch schon mal gewesen, zumindest am Bahnhof Berlin-Rummelsburg. Ups, zu weit. Oh, schaut mal, Scooter. Oh, die sind ja noch ohne Motor, oder? So, was möchtest du? Berlin AB. Einzelfahrschein. Bezahmethode Handy. 24 Stunden Karte, 8,80 Euro Bar. Fast. Wer möchte dasselbe? 50 Cent. Bitteschön. 애 Problem. Oh, ich hätte vielleicht rechts bleiben sollen. Tut mir leid, ich bin fremd in Berlin. Die kenne ich auch. Die ist auch sehr schön da. Keiner mehr? Doch. Keiner der Abfahrt. Komm, fahr. Ich muss links rüber. Wo auch immer das sein mag. Die habe ich allerdings noch nie gehört, die Straße, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ich bin extra neu. Seht ihr das, diesen hart, befreunden, plattgefahrenen Schnee auf den Straßen? Wunderschön, oder? Das war nicht geplant. So, Einzelfahrschein, AB. Ist das jetzt AB? Berlin, AB, Einzelfahrschein. Einzelfahrschein. Äh? Achso, sorry. Berlin, AB, C. Ach, sorry. So, ich würde sagen, die nächste Station machen wir noch. Dann war es das erst mal. Das ist ein U-Warschauer-Platz. Aber ich glaube, das ist sogar die letzte. Wenn ich jetzt nicht alles täusche. S-U-Bahnhof, Barschauer Straße. Das ist ein U-Warschauer-Platz, Barschauer-Platz. Aber, das geht dann natürlich wieder zurück, ist klar. Äh, Philharmonie Süd. Aber, das machen wir in einem anderen Szenario, beziehungsweise in einem anderen Video. Ähm, ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Aus dem winterlichen Berlin, sage ich. Ciao, servus und tschüss. Ähm, wie habe ich hier geparkt? Naja, geht doch. Äh, sage ich. Ciao, servus und tschüss. Euer Dedenki Spieters. Habt einen schönen Sonntagabend. Habt eine schöne Woche. Ihr hört mich in einem anderen Video wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, servus und tschüss. Haut rein. Bleibt sauber. Bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Macht's gut. Bye, bye.